Herzen, wie schätzen Sie denn diesen Schritt ein? Ist es richtig, den Bürgern mehr Eigenverantwortung zu übertragen? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach findet da ja ganz klare Worte. Ja, also da würde ich ihm auch recht geben. Aus meiner Sicht ist der Schritt verfrüht. Wir haben zwar seit knapp zweieinhalb Wochen sinkende Zahlen, hatten aber dieses Halbjahr jetzt schon eine starke Sommerwelle, eine sehr starke Oktoberwelle. Und wenn man jetzt daran denkt, dass alles mehr drinnen stattfindet und auch neue Varianten sich warm laufen, BF7 ist da ein Stichwort, ist das aus meiner Sicht zu früh. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Infektionslage ein? Baden-Württemberg und die anderen drei Bundesländer sagen ja, es ist ja die Übergangsphase zu einer Endemie, also von Pandemie zu Endemie. Ist das korrekt? Nein, dem würde ich widersprechen. Wir hatten in den Krankenhäusern extrem viel zu tun mit auch bundesweit sehr hohen Inzidenzen in den letzten Wochen. Seit dem Sommer haben viele Operationen viele Patienten verschieben müssen. Das ist meines Erachtens immer noch eine Pandemie. So ein Schritt, der jetzt die vier Bundesländer machen, das wäre was fürs nächste Frühjahr, aber noch nicht für diesen Winter. Sie sehen es also sehr kritisch, diese ganze Regeländerung. Statt häuslicher Isolationspflicht, sagen Sie ja jetzt für positiv Getestete, reicht in den meisten Räumen eine Maske aus. Was würden Sie sich denn da für Maßnahmen jetzt eher wünschen? Also man muss ja sagen, Lockerungen müssen sein. Und wir bewegen uns ja, das sehen wir heute auch bei dem wieder normal zugelassenen Straßenkarneval in genau die richtige Richtung. Aber jetzt gerade vor dem Winter Lockerungen zu machen und das als Flickenteppich, das sind ja wirklich nur vier von 16 Bundesländern. Das ist ein falsches Signal. Wird auch nicht richtig funktionieren. Was mache ich beim Mittagessen? Gehe ich da nicht in die Kantine oder ziehe ich doch die Maske ab, wenn ich positiv bin? Also das ist nicht richtig durchdacht und ich befürchte, dass wir diesen Winter nochmal deutlich höhere Zahlen kriegen und unter anderem auch diese Quarantäneregelungen würden sowas dann auch befeuern. Ja, vielen Dank, Dr. Zinn, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ja, vielen Dank.